So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen, zurück zu... Far Cry! Ja. Alles klar, Doyle. I know that stuff. Because everyone is supposed to be happy. Was ist denn der Mongo jetzt? Er kommt hier auf jeden Fall hoch. Man ist einfach so im Nachteil. Man ist so im Nachteil. Heute gar kein Intro, gar kein Intro-Gelaber, heute direkt auf die Fresse. Direkt, direkt das Gewehr an den Nacken angesetzt. Um jegliche Bandscheiben des Feindes rauszuballern. Ciao. Oh, scheiße. Warum sind die so schnell? Oh, shit, Alter. Es sind vier Leute hier, ne? Noch haben sie uns nicht gesehen. Sehr gut. Sehr gut. Die feindlichen Wachen über... What the hell? Die feindlichen Wachen machen das, was sie immer tun. Und zwar nicht gerade durch Intelligenz glänzen. Ich habe letztens mal auf Twitter gefragt, was denn das Lieblings-Far Cry von den Leuten da ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich 50 Antworten bekommen hätte. Äh, tatsächlich sind die meisten... Meistens sind es meine Freunde, die antworten. Ähm. Tatsächlich sind die meisten meiner Freunde, so wie ich, Far Cry 3 Fan. Aber tatsächlich kam einer... Kenne ich jetzt auch schon länger vom Team Wandelbar. Der hat ganz klar gesagt, für ihn einfach auch Nostalgie und alles, was er damit in Verbindung bringt, ist Far Cry 1 das beste Far Cry. Fand ich irgendwie einfach interessant. Dass es da doch jemanden gibt. Ich meine, der Schwierigkeitsgrad, der ist enorm. Mal... Oh Scheiße, das sind schon wieder vier. Oh Scheiße, das sind schon wieder vier. Okay, ich weiß gerade nicht, was unsere Feinde vorhaben. Ich will mich aber auch nicht unnötig weit raus wagen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass die sich hier nicht gerade sonderlich weiter bewegen werden. Okay, es ist auf jeden Fall einer in der Hütte. Ich kann mich nicht verstecken, das muss ein Instant Headshot sein. Na gut, gut. Das ist bisher... Oh, Banane, nice. Wow. Alter, die sind zurückgefedert. What the fuck? Die Kugeln sind zurückgefedert. Oh. Das ist nicht dein Ernesto. Das ist nicht dein Ernst. Seit wann federn denn die Kugeln zurück vom Radio? Diese Welt ist immer... Die wird immer verrückter. Die wird immer verrückter. Ich verstehe sie immer weniger. Boah, also Lichter sind gut hell, ne? Ich war zwar gerade duschen und habe mich gerade mal wieder wie ein Nacktmull im Dunkeln aufgehalten, aber dass die so reinbrennen, das ist schon... Ich brauche ja Sonnencreme, wenn es so weiter geht. Ich als alter Weißfisch. hey 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 hey. Tschüss. Tschüss, ihr kleinen Stinkis. Okay, da wollen wir noch ein paar mitmischen, aber wir sind ja weg. Wie viel Sniper-Munition haben wir? Reichlich. Was war das denn, Alter? Was war das denn? Er geht aus dem Scope raus. Er geht aus dem Scope raus, der gestrahlte Volldepp, Alter. Jack, du bist so ein Mongo. Du gehörst halt auch einfach erschossen, weißt du das? Hey, what the fuck? Halt's Maul. Ne. Bin ich hier safe? Bin ich hier safe? Ich weiß gerade nicht, ob es jetzt gleich vorbei ist. Ich sitze mitten im Busch. Ohne Scheiß. Der Buschbaumstamm ist in meinem Rektum. Äh, ich bin mit dem Busch verschmolzen. Ich bin quasi ein... Der im Begriff eines Mirabra. Wie der da drin steht, der Mongo. Los, verzieh dich. Was willst du jetzt machen hier? Komm, schmier ab. Tschau. Ciao. Ich bin so verleitet, den jetzt rauszusnipen. Jetzt, äh, jetzt fliegt er gleich in die, in die, äh, äh, nicht Staubsauger, in die Dampfbasis rein, wenn er so weitermacht. Da stehen noch andere Einheiten hinten drin. Wenn ich da hinterlaufe, komme ich da weg? Teufelsküche, komme ich da. Ich bin so verleitet, die Dampfbasis rein. Ich höre den noch. Der ist doch hier direkt in der Nähe. Komm, schau. Das ist jetzt wieder der einzige Heli, der einzige Heli, der sich nicht verabschieden wird, der hier jetzt rumlungert, bis wir einen Fehler machen. Kaiser. Ich bin gerade dezent dazu geneigt, die den Ding zu nehmen da. Und den Heli abzuknallen. Ich habe gerade so irgendwie das Bedürfnis, das zu tun. Ich glaube tatsächlich, der geht nicht weg. Sag mal, irgendwo wittert der uns doch auch, oder? Der geht doch schon wieder in unsere Richtung. Geht, fliegt. Gut. Äh, macht das aus? Nein! Nein! Das ist doch nicht dein Ernst, du bist so ein... Alter, was ist das für eine Steuerung? Cry-Vision auf Tee. Gut. Heli ist weg. Juckt niemanden. Schön. Moin. Dann können wir jetzt endlich weitermachen. Shit. Ah, da unten backen zwei rum, oder? Siehe ich das richtig? Dick. Ja, einer ist tot. Nein, ich bin wirklich weitermachen. Ach so. Äh! Pah, ja. Zwei sind tot. Pass auf, den da hinten hau ich weg. Ja, mein Freund, es ist die Kacke am Dampfen hier. Gut, ich seh in die Richtung gar nichts. Das war überhaupt nicht der Plan. Ganz ruhig jetzt, Freunde. Jetzt haben wir den Helium abgeschossen. Nimm die Dinger ab. Wo? Nee. Ist er tot? Okay, es gibt schon so ein paar Fälle, die sind nicht hoffnungslos. Die sind New Level, was Hoffnungslosigkeit angeht. Kurz Waffencheck. Okay, wir stehen eigentlich ganz gut da. Langsam aber sicher geht uns die schallgedämpfte Muni aus. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit wir noch auf die zurückgreifen müssen, weil unser Versuch, ungesehen in diese wunderschöne Dampfanlage zu kommen, ist meiner Meinung, meiner fachmännischen Meinung nach, gescheitert. Ich würde euch jetzt natürlich gerne fragen, was ihr davon haltet. Ob ihr meiner Meinung seid oder ob ihr sagt, hey, Digga, du, steht doch alles senkrecht. Keine Ahnung. So. Ich will auf jeden Fall links in dieses Dorf gehen. Das hat mir im letzten, beim letzten Mal so ein bisschen die ganze Situation vermasselt, dass ich da unbedingt hinter wollte. Diesmal nicht. Diesmal nicht. schon sehen, Mäus. Ich hab, das ist schon so lange her, ich hab so ein bisschen vergessen, was wir hier eigentlich machen müssen. Steal the plants to the regular facility from the workout. Kannst du, kannst du wieder wegmachen, Digga. Ja, nee. Ach so, das geht von selber weg. Ja, sehr geschickt. Sehr schön. Ein Generator und hier stand vermutlich der Heli. So. Mein Information zufolge befinden sich in dieser Anlage jetzt noch zwei Soldaten. Wir wissen, wie schief das gehen kann. Deswegen heißt's... Du willst mehr von diesem? Ich hab mehr von diesem! Ich hab gerade, ich hab gerade, wie oft zehnmal auf diesen Scheiß Pist-Dümpel. Nee. Doyle, Doyle. Halt deine Scheißfresse. Ich hab gerade so oft... Ich hab gerade so oft... ...auf dieses gottverdammte... ...auf diesen gottverdammten Teich da hinten gezielt mit dieser... ...mit diesen binuklear-Dingen da. So oft. Du brauchst mir nicht mit so einer Kacke kommen, von wegen... Ach, nee. Also, nee. Das ist wirklich... Das ist gerade einfach nur Schmutz. Das ist einfach nur Schmutz jetzt. Dass der Typ da einfach rausgebeamt kommt, ist einfach nur eine Frechheit. Scheiße, ich fall da runter. Muss ich ein bisschen aufpassen. Muss ich ein bisschen aufpassen.